Paragon Partition Manager 11 Der mehrfache Testsieger Paragon Partition Manager behebt Probleme aller Art, die ein Anwender bei der Verwendung seines PCs haben kann. Mit dem Partition Manager können nun auch komplexe Partitionierungsoperationen, Leistungsoptimierungen von NTFS und FAT-Dateisystemen oder die Migration eines Systems auf eine andere Festplatte ohne Datenverlust ausgeführt werden. All dies zu einem unschlagbaren Preis. Sehen Sie selbst. Unterteilen Sie Ihre Festplatte schnell, einfach und sicher mit wenigen Klicks. Formatieren Sie Partitionen vollständig, um sie anschließend wieder wie neu verwenden zu können oder passen Sie Ihre ursprünglich gewählte Partitionsgröße neu an. Mit Partition Manager können Sie ganze Festplatten oder einzelne Partitionen kopieren. Sie können beim Kopieren sogar die Größe der Partitionen verändern. Um im Zweifelsfall sicherzugehen, verfügt Partition Manager auch über eine integrierte Backup-Funktion, mit der Sie vor jeder kritischen Systemänderung ein Backup erstellen können. Der Boot Manager kann einfach aktiviert oder deaktiviert werden und ermöglicht das Einrichten mehrerer Betriebssysteme auf Ihrer Festplatte. Der integrierte Boot Corrector dient zur Lösung der häufigsten Boot-Probleme. Noch mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet der Expertenmodus von Partition Manager. Hier können Feinheiten definiert und detaillierte Befehle ausgeführt werden. Neu in der Version 11 ist das Add-on Paragon Alignment Tool. Die Migration von Systemen und Daten auf moderne Festplatten hat nicht selten eine Fehlausrichtung der Partitionen zufolge. Diese Fehlausrichtung bewirkt einen Performance-Einbruch um bis zu 50%. Das Paragon Alignment Tool richtet die Partitionen ohne Datenverlust sauber aus und bringt 100% Performance zurück. Paragon Partition Manager ist das Tool für flexible Partitionierung und Organisation Ihrer Festplatte. Viel Spaß damit! Auf Wiedersehen!